So, Servus grüß, ja. Willkommen zurück, at once was here. Tja, ich will schon sagen, grün fang jetzt echt an, mich ein bisser dezent zum nerven. Jetzt kriege ich das Fahrzeug nicht einmal mehr weg. Das gibt's doch nicht. Da zupft ich weg da. Hm, interessant, der Nachbar bohrt. Als wenn die aber nicht sein, wenn die da grad aufnehmen braucht, dann nicht bohren. Ich mein, was soll denn das? Wie unhöflich ist denn das bitte? Muss ich mal nachher an die Wand klopfen. So, du nimmst mal das Gebäude jetzt ein und dann schauen wir mal, was sich da gelb erdreistet. Ach du Scheiße. Ja, nicht weg, nicht weg. Aber, kein Problem, alles im roten Bereich. Du müsstest eigentlich, ja, ihr wisst, was ich meine. So, los, du nimmst das ein. Oh nein, oh nein, oh nein. Du bleibst da schön drauf stehen. Du nimmst mir das doch nicht weg. Vergiss es, das geht mir. Also, gelb ist tatsächlich... Ach, saulästig. Wie viel grad hab ich noch? 14.000. Das geht sich nicht aus. So, mit nem Hubschrauber. Ne, was hast denn du für Angriffsreichweite, ne, so gering. Ja, so gering, ne, das geht. Das geht eh. Ne, musst du... Ach, ich hab gesagt, aufpassen, ich will jetzt nicht ein 50 verlieren. Zusätzlich, ich werde schon einen Helikopter verloren, hab ich vorher gesehen. Apropos... Oh, da, grad... Wann hab ich das verloren? So. Gehen wir da nicht am Sack mit deinem... Artillerie... Äh, Artillerie, so die Flugopfeer. So. Da her. Au. Ach, ich mein, jetzt hab ich genau das, was ich befürchtet. Das hört mir gerne die Fahrzeuge aus. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn man kann nix anfangen. Schau mal, wie effektiv bist du da dagegen? 61, wenn das geht. Da bleibt nix übrig. Ja, hinten zwar gar nix. So, dann fährst du da einer. Dann schießt mir die Abzellerie weg. Dann bist du ein bisschen gefährlicher wie das, dass sie blau was ausbildet, weil gelb ist eh tot. Also zur Not kommt das gelb regeln für mich. Moment, apropos gelb regeln. Ha, ha, ha. Das geht ja aus. Hihihi. Tschüss. Wobei, nein. Bitte, eins übrig lassen. Nein, jetzt verlieren Bomber. So. Oh, das war jetzt ein Fehler. Jetzt schau her. Das fahr der da her. 100 pro. Wobei zuerst das blau da. Da fahr der da her. Das war aber wieder gut. Ah, so. Was mach ich jetzt da mit dir? Naja, das ist einmal eins von denen, was ich jetzt noch machen kann, ohne dass ich da Schaden krieg. Aber das werde ich verlieren euch zwei. Das wird so netter geh. So. Ja, taktischer Rückzug. Taktisches Rückzugsgefecht. Okay, ich muss da jetzt nur irgendwie schauen, dass ich mein... ... Ah, geht mir einfach. Dass mir das Wort einfällt und da zurückkriegt irgendwie. Das ist nämlich jetzt anscheinend gar nicht so leicht. Na gut, dann schauen wir, was die Runde wieder bringt. So da da. Hui. Das war jetzt schnell. Ja, das war klar. Das hab ich gewusst. Ja gut, Helikopter gegen Helikopter, das muss sein, weil... Ja gut. Das war jetzt nicht so effektiv, aber... Aha. Was wüsst'n du da? Geh weg. Stütter da einfach am Mansch gerne. So ein frecher Dachs. So ein frecher Dachs. Nein. Jetzt geht's nicht das. Ah, doch. Es geht's ja raus. Huh. Seid ihr gut? Ich glaub, das geht's ja im Ansinnen raus. Ah, das war bitter gewesen. So. Dann muss ich's mal überlegen. Ich muss da langsam aber sicher vorrücken und das einnehmen. Bei grün rechts, das wird nix. Das weiß ich jetzt schon. Sechs. Eins. Null. Aha. Wow. Bring ja viel. So. Dann schiessen wir mal da drauf. Vier Deckungen. Da darf ich nicht mal ein Strich... Warum? Oh. Ich verliere aber die anderen nicht, gell? Das ist schon fair. Finde ich. Voll fair. So. Tobi war mehr Deckung. Ja, drei. Also Ahrens bitte. Danke. So. Was mach ich jetzt? Genau. Heimnehmen. Na. Besetzen. Das geht ja ruckzuck. Oh. Kannst du? Ja. Trafen erfährst du da noch. So. Wo ist jetzt der Panzerschön? Ja gut. Im Schneesturm bringt mir zum Beispiel gar nix. Mann. Ich... Du hast Fehlern lernt, Mann. Wie gesagt. Ich hab's jetzt da. Ich hab das schon rausgefunden. So. Dann bauen wir einen Jäger. Jetzt steht dort das... Ich boxe ja nicht. Erst schleicht die du. Die musst du mal auch der Lurie zurückkriegen. Holter. Geh weg. Er hätte wahrscheinlich zuerst einen Bomber nehmen. Wir kriegen das wahrscheinlich besser gewesen. Naja. Kann man nix machen. Denkfehler. Kommt vor. So. Oh. Jetzt ist da. Nein. Nein. Oh. Scheibe. Das ist jetzt echt nicht gut. Ich hoffe mal, dass Geld grün ein bisschen nervt, dass ich meinen Dienst zurückkriege. da. Im Moment schaut's nämlich so aus, als ob ich's nicht zurückkriegen würde. Und das ist scheiße. Ha. Nein. Nur wegen dir da. Was du die ganze Zeit da mich nervst. Das gibt's ja nicht. So. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. So. Schauen wir mal, was. Irgendwas hat er wieder irgendwie verloren. Oder nicht. Irgendwas hat er wieder verloren. Oh Gott. So. Wo ist denn der jetzt? Der Zwarer. Okay. Rauf. Das ist's. Ja. Drei, vier. Das ist jetzt nicht unbedingt der gut. Da. Aber ich kann da jetzt zumindest wieder vorrücken. Naja. Der Transporthubschrauber ist mir wurscht. Der kann mir nix tun. Der kann da auch irgendwie noch in der Seite stehen. So. Ähm. Okay, da seht man. Kannst du das da ein bisschen so... Ich weiß nicht, dass ich in vier Deck hab. Danke. So, dann kann ich den da auch wegbomben auf jeden Fall. Der Hansel macht zwar nix, aber der ist so zu viel Gelb. Und das ist Nerv. Du kannst den Gelb haben. So. Oh, oh, nö, 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 nö. So, gehen wir mal die Panzerchen nach. So, ein großer und ein kleiner für links. Und rechts kann ich eh sowieso wieder nix machen. Weil ich kann doch die Schiss denn da jetzt... Oha. Weg mit dir da. Aber wegen dir jetzt haben wir einmal ein Ding verloren. Das war ja noch schöner. Nein, hab ich nicht. Jawohl. Ach, geh weg. Okay. Du gehst da her. Du gehst da her. Du fährst da her. Ja, du kannst rein gehen. Und du fährst da her. Warum nicht? Mit dir bombardieren wir das. Naja, geht doch. So. Heute hat's irgendwas noch gemacht, was Intelligentes? Nö. Gut. So, dann war's das wieder für die Folge. Ich sag wieder mal Danke fürs Zuschauen. Oder besser gesagt auch fürs Zuschauen. Und... tja. Hoffentlich wird das noch was. Also, tschüss, baba. Das war's.